Was geht bei euch ab? Try not to laugh challenge Einige von euch haben mir diverse Snaps geschickt und gesagt Alter, mach das mal, mach das mal Ich will mal sehen, wie du da so drauf bist Und mir wurde dieses von Reddit empfohlen Ich bin natürlich jemand, der sein Lachen komplett ausschalten kann Und von daher ist es gar kein Problem für mich das zu bestehen Seid ihr bereit, meine Damen und Herren? Es könnte lustig werden Los geht's Das kenne ich schon, es ist schon lustig Aber ich kenne es schon Was ist das? Oh mein Gott, ihr fucking Kinder Ich habe gar nicht gelacht Oh nein, nein, das kenne ich Oh Gott, das ist so lustig Nein, nein, nein Scheiße Nein Das ist echt meine Achillesszene Das ist dieses Teil Direkt so anfangen Was soll das? Ich habe nicht gelacht Ich finde es auch schlecht bei sowas Das kann doch gar nicht sein Ab jetzt Ich bleib jetzt so Gar nicht witzig Ich erkenne nichts Witziges an der ganzen Geschichte Da ist gegen die Wand gelaufen Überhaupt gar nicht witzig Ich weiß Ich muss echt nicht was daran tun Das ist witzig Er spielt Football blind Alles ist möglich Alles ist möglich Gut Ich glaube jetzt habe ich es Ich habe es jetzt Was? Fuck Ach scheiße Mann Es kam jetzt aber echt unerwartet Warum sagt der Hund fuck Das kenne ich schon Das ist witzig Aber ich habe Ich habe mich im Griff Fuck Mann, das zählt doch schon wieder nicht Wenn ich so grinse, oder? Zählt grinsen Bin ich auch schon Fuck Ich habe ja schon gelacht Scheiße Oh 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 Du bist dich selbst Äh Aha Ich habe gar nicht gelacht Hat er gerade I gesagt? Äh Das Gesicht Okay Ich habe gar nicht gelacht Pepsi bottle A Coca-Cola glass I don't give a damn I don't give a damn Gut Äh Das kenne ich natürlich auch Ist bekannt Ist jetzt gar nicht so lustig Finde ich Also Wer kennt das nicht? Wie heißt es? A day without mom Oder sowas Ist schon gut Oder? Da kann man echt überhaupt gar nichts sagen Das ist wirklich top Aber das kennt sicherlich auch jeder von euch Was? Hat der einem ein Giraffe gesagt? Im Vorbeifahren? Ich bin ein Giraffe Er hat sogar eine Verkleidung an Gut Das macht es schon etwas lustiger Aber Ich habe es noch im Griff Curtis, was denkst du? Oh, du weißt, dass ich nicht zu denken kann Das habe ich von gar nicht gehört Was hat er denn jetzt getrieben? Was hat er denn jetzt getrieben? Jetzt verstehe ich jetzt nicht, was daran Was hat er denn mit ihm los? Ich glaube, das ist meine neue zukünftige Lache Das ist schon gut Ich habe überhaupt nicht gelacht Stopp leaving your banana in my face I don't even want it Just kidding, I got it A few minutes later The bear was spotted behind this home In Morland Hills This recreation identifies How witnesses say the bear escaped Into the woods Gar nicht witzig, man Kennt ich schon? Läuft bei ihm oder ihr? Das ist echt nicht Was hältst du in Grenzen, ne? Oh, nein Nein! Danke, Arthur. Wow. Das ist, warum meine Mutter dich nicht liebt! Ich habe nicht gedacht... Wow. Hey, Ron. Hey, Billy. Das tut. Hey, Billy! Das tut. Aber es war überhaupt gar nicht witzig. Guck mal, ich kann mir das angucken. Ich verziehe noch nicht meine... Ich verziehe noch nicht meine Miene. Achtung. Ist mir egal. Los geht's. Das Video, okay? Billy und Ryan unterhalten sich. Das Kind. Fuck off, dude! Aber ich hab nicht gelacht. Gib mir vor! Get the wheels on the fuck! Alter, Verwalter! Get the wheels on the fuck! Dann reicht's einfach die Scheibe ein! Sorry, basically, um... What I was thinking of was, um... Oh, fuck. I can't believe you've done this. Even... Even the babies are one of the most dangerous animals in the world. So I built this cage to keep them secure. So there's no possible... Oh, my God. Oh, my God. This is the second boulangerie of the day. Reservatel to our jury. Is there even a Katze gegen die Tür gelaufen? Guck mal, die Katze. Das ist überhaupt nicht... Die Tür ging sogar zu. Habt ihr's gesehen? Die fällt dann zu. Also, ich würde sagen, ich hab eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, bestanden. Ich hab kein einziges Mal gelacht, oder? Hab ich mich... Gut, ich hab mal kurz vielleicht so ein bisschen heftiger durch die Nase geatmet. So... Aber sonst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit ich so sehen kann, ob ich da speziell diese Geschichte noch mehr machen soll. Diese Try Not To Love Challenges. Ich sag da eins. Und das andere sag ich da später. bis nach uns! Bis gleich! Bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!